Hallo Buchkomplizen! Ich stelle euch heute das Buch Einspruch der österreichischen Journalistin Ingrid Brodnick vor. Worum geht es in diesem Buch? Wie ist das Buch formal aufgebaut? Worum geht es inhaltlich? Hält das Buch was der Titel und hinten die Buchbeschreibung versprechen? Was sollte man sich erwarten? Was sollte man sich nicht erwarten? Was lernt man aus dem Buch? Für wen ist dieses Buch geeignet und hätte man das alles auch kürzer machen können? Das sind die Fragen, mit denen ich mich beschäftige und wir legen direkt los. Das soll doch jeder für sich selbst entscheiden. Jeder wie er mag. Die Wahrheit liegt ja wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Das sind die Sprüche, die ihr kennt, habt ihr sicher auch schon selber gehört oder vielleicht sogar selber verwendet. In diesem Buch geht es darum, warum das eben nicht immer so ist, warum es nicht immer egal ist, was andere Leute denken, warum die Wahrheit nicht immer in der Mitte liegt und nicht immer in der Mitte liegen kann. Und es geht auch darum, warum es gefährlich ist, wenn Menschen in Verschwörungen abdriften und was man tun kann, um sie zu unterstützen, da wieder rauszukommen. Das ist hier das Thema, das erzählt uns Ingrid Brudnig. Schauen wir uns ein bisschen genauer an, was da drauf steht. Vorne steht drauf Einspruch, Verschwörungsmythen und Fake News kontern in der Familie, im Freundeskreis und online. Vielleicht habt ihr auch schon in Online-Diskussionen reingeraten mit Leuten, die völlig anderer Meinung waren als ihr. Und dann habt ihr vielleicht erlebt, wie frustrierend das sein kann. Es führt am Ende zu nichts, es wird vielleicht immer hässlicher, es kommen Beschimpfungen und man geht dann frustriert aus dieser Diskussion raus, hat am Ende gar nichts bewirkt oder vielleicht sogar dazu beigetragen, dass die andere Person sich jetzt erst rechtssicher ist, dass sie die große Verschwörung durchschaut hat und ihr nicht beispielsweise. Und da kann man vielleicht zur Strategie greifen, ja dann lasse ich es, dann rede ich schon gar nicht, wir sollen die doch glauben, was sie wollen. Aber wenn diese Menschen uns wichtig sind, wenn sie in unserer Familie sind, wenn sie unsere Freunde sind, dann wollen wir eben nicht, dass die glauben, was sie wollen, sondern wir möchten, dass sie sich selbst nicht schaden und dass die Familie oder der Freundeskreis oder unsere Freundschaft zu ihnen dadurch nicht gefährdet werden. Und das ist hier der Punkt. Und hier wird es schon ein bisschen, fast schon großspurig angekündigt, hier kommt die Impfung gegen unsinnige Argumente. Jetzt, wenn man ein Impfgegner ist, dann vielleicht zuckt man schon direkt zusammen, wenn man dieses Wort hört. Natürlich geht es nicht um eine reale Impfung, aber es geht ja um eine Strategie. Und das steht hier. Praktische Strategien für das Diskutieren mit Menschen, die Falschmeldungen und Verschwörungserzählungen glauben. Wer rhetorische Tricks und die psychologische Anziehungskraft von Fehlinformationen versteht, kann klüger reagieren. So bleiben sie in hitzigen Debatten gelassen. Eine Anleitung für alle, die geschickter diskutieren wollen, denen Fakten wichtig sind und ihre Argumente auch bei aufgeladenen Themen zur Geltung bringen wollen. Also wir sehen, es geht eigentlich um Rhetorik, es geht um Argumentation und darum geht es auch viel darum, Fake News oder irreführende Rhetorik zu durchschauen und zu entlarven. Und das ist eben diese vielbeschworene Impfung. Denn zuerst müssen wir selber mal bei uns anfangen und uns quasi selber sensibilisieren für bestimmte Strategien und für bestimmte Tricks, mit denen solche Verschwörungserzählungen arbeiten. Und dann können wir darauf reagieren. Das finde ich eine Stärke des Buches. Brodnik beginnt immer beim Leser, bei uns. Nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern zuerst mal bei uns selber anfangen. Denn wir alle, das ist auch eine wichtige Erkenntnis aus dem Buch, wir alle sind empfänglich für gewisse Erzählungen, für gewisse Manipulationen. Wie ist das Buch formal aufgebaut? Ich habe das für euch auch ein bisschen durchgeblättert. Ihr seht, es ist kein sehr dickes Buch. Man hat das eigentlich relativ schnell gelesen. Es ist gut strukturiert. Es hat eine sehr kleine Inhaltsangabe hier vorne, wenn ich da mal schaue. Das ist eigentlich in wenigen Blöcken da gestaltet. Große Überschriften, paar kleine Überschriften, dann geht es schon direkt weiter. Also man kann das wirklich ziemlich flott dahin lesen. Was natürlich auch toll ist, es ist illustriert durchgehend. Immer wieder mit größeren und kleineren Illustrationen, die auch ein bisschen auf den Punkt bringen, was im Text steht. So wir gegen das Böse zum Beispiel. Oder auch ganz nett. Hier dieses war für mich fast die beste Illustration, einfach weil sie so schnell auf den Punkt bringt, warum die Wahrheit eben nicht immer in der Mitte liegen kann. Wenn man davon ausgeht, die Erde sei eine Kugel oder andere sagen, die Erde sei eine Scheibe, dann ist es nicht so, dass die Wahrheit da in der Mitte liegen kann. Weil was ist dann die Erde? Ein Ei? Oder was ist die Mitte zwischen einer Scheibe und einer Kugel? Also ihr seht, da gibt es wirklich dann nur entweder oder. Und da gibt es dann eben eine Wahrheit, die stimmt und eine Wahrheit, die nicht stimmt. Aber es kann auf keinen Fall einen Kompromiss aus diesen Wahrheiten geben. Also diese Illustrationen von Marie-Pascal Garfinan, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, diese Illustrationen sind da recht hilfreich, auch unterhaltsam und bringen einen auch zum Schmunzeln zwischendurch. Inhaltlich, wie gesagt, geht es darum, dass wir mal bei uns selber anfangen. Sie bringt da auch ein Beispiel von einer Frau, die selbst in solchen Verschwörungserzählungen gefangen war. Sie verwendet, also Brodnick verwendet jetzt nicht den Begriff Verschwörungstheorien, sondern Verschwörungserzählungen, einfach weil das sehr häufig den Charakter von Geschichten und Mythen hat, so eine Verschwörungserzählung. Und da war eben eine Frau auch in solchen Verschwörungserzählungen gefangen. Und eine wichtige Botschaft von dieser Frau ist, man kommt in solche Verschwörungen nicht von heute auf morgen rein. Es sind viele, viele kleine Schritte, die einen dorthin bringen. Und man kommt auch nicht in einem großen Schritt da wieder raus, sondern es sind viele, viele kleine Schritte, unter anderem eben Einspruch von Leuten, die einem wichtig sind und die einen dann nicht aufgeben. Das ist vielleicht auch ganz wichtig. Lass den Kontakt nicht abbrechen. Zeig dieser Person, dass sie dir wichtig ist. Diskutiere vielleicht auch nicht immer über dieselben Themen, sondern auch über etwas Emotionales, über etwas anderes. Wie geht es dir eigentlich? Was ist eigentlich los in deinem Leben jenseits von diesen Verschwörungen? Denn nicht jeder, der etwas Abstruses glaubt, ist automatisch verloren und wird die wieder rauskommen, sondern manchmal sind die Leute noch ganz gut empfänglich. Auch das ist vielleicht eine ganz gute Botschaft hier aus diesem Buch. Hält das Buch die Versprechen, die es da aufstellt? Das muss man vielleicht auch ein bisschen selber ausprobieren. Ob man mit diesen Tricks zurechtkommt, was ich glaube, was das Buch schon macht, es kann einem die Augen öffnen für rhetorische Tricks. Es kann einem die Augen öffnen für die schwierige Suche nach der Wahrheit. Denn das macht das Buch eben nicht, es erzählt uns jetzt nicht, was ist die Wahrheit über irgendwas, sondern wie kann ich die Wahrheit finden oder der Wahrheit näher kommen. Denn wenn man wissenschaftlich arbeitet, dann ist es ja immer ein Näherkommen, ein sich herantasten. Und auch Wissenschaftler arbeiten ja mit Vermutungen, die dann sich als falsch herausstellen. Die probieren etwas aus und wenn sie dann merken, das stimmt nicht, dann müssen sie auch wieder ihre Erkenntnisse revidieren oder ihre Thesen überarbeiten. Und das ist natürlich ein Teil der Schwierigkeit. Wenn jemand sagt, die Erde ist flach und ist dann überzeugt davon, dann brauchen wir schon viele Schritte, um zu sagen, schau mal, die, die herausgefunden haben, dass das eine Kugelform ist, die haben das auch nicht von heute auf morgen herausgefunden. Da gab es ganz viele, viele, viele verschiedene Dinge, die dorthin geführt haben. Und das ist manchmal ein sehr mühsamer Weg, jetzt das mit der Kugelform der Erde, das ist vielleicht auch ein Beispiel, das für uns heute selbstverständlich scheint. Aber denken wir an unsere Gegenwart, denken wir an die Geschichte mit Corona, wie viele Dinge da noch unklar sind oder wie wir uns am Anfang darüber ausgetauscht haben, wie wir heute über das Thema denken, was man am Anfang gedacht hat, was auch die Wissenschaft am Anfang darüber gedacht hat, was wir heute an Erkenntnissen haben. Und in ein paar Jahren vielleicht denken wir nochmal ein bisschen anders. Also das sind Prozesse, die sind jetzt gerade am Laufen und da passiert einfach extrem viel. Das kann verunsichern. Aber eben in diesem Buch sehen wir, wie solche Prozesse laufen. Wir bekommen auch ein bisschen Einsicht in dieses Entstehen von so Erzählungen. Das fand ich eigentlich sehr gut auf den Punkt gebracht. Brodnick ist wahnsinnig sorgfältig in der Recherche. Sie zitiert viele, viele Studien. Denn sie bringt auch sehr viele Fachbegriffe auf Englisch, die sie dann schon auch immer auf Deutsch übersetzt. Die vielen Fachbegriffe sind vielleicht auf Dauer auch ein bisschen viel. Es zeigt natürlich, dass hier gut recherchiert wurde. Auf der anderen Seite muss man sich dann versuchen, das ein bisschen zu merken. Zum Glück bringt sie dann Beispiele auch immer wieder und wiederholt auch immer wieder so gewisse Erkenntnisse. Und da das Buch nicht so dick ist, finde ich, es ist zwar sehr kompakt und sehr voll mit Informationen, aber letzten Endes in der Menge doch wieder erträglich. Was sollte man sich nicht erwarten von dem Buch? Ich habe es schon gesagt, eine absolute Wahrheit wird hier nicht geboten. Hier wird uns nicht erzählt, wie die Welt wirklich funktioniert oder wo wir das Heilmittel finden für alle Irrtümer. Das verspricht das Buch nicht und das können wir hier auch nicht bekommen. Das ist eigentlich eine gute Nachricht. Denn Bücher, die uns erklären wollen, wie die Welt funktioniert, die gibt es ja schon noch und nöcher. Nicht alle Bücher sind da gleich seriös. Dieses Buch ist auch ein kleiner Einspruch gegen alle Welterklärer. Dieses Buch sagt auch da, Vorsicht, dieses Klugschwätzende von manchen Leuten, die dann viele technische Fachbegriffe bringen, das kann auch ein rhetorischer Trick sein, um uns zu verwirren. Wie gesagt, auch in diesem Buch gibt es viele Fachbegriffe, die aber auch immer erklärt werden. Es gibt ein ziemlich ausgiebiges Quellenverzeichnis. Wenn man sich interessiert, kann man dann auch wirklich zu den Originalquellen gehen und dann noch ein bisschen mehr dazu recherchieren. Es werden Webseiten empfohlen, es werden Bücher empfohlen, Zeitungsartikel. Also wenn man da noch mehr in die Tiefe gehen möchte, dann hat man hier auch absolute Möglichkeit, auch dahinter zu steigen. Und das finde ich eigentlich auch sehr gut. Was lernt man am Ende aus diesem Buch? Bin ich dann am Ende wirklich gerüstet und geimpft? Kann ich dann wirklich quasi in die Diskussionsschlacht ziehen? Jein, würde ich jetzt mal sagen. Man lernt zunächst mal was über sich selbst, über unsere Wahrnehmung, wie wir eigentlich Wahrheit konstruieren, wie wir uns die Welt konstruieren. Das sind ja eben diese kleinen Schritte und da kommt immer noch was Neues dazu. Aber man kann jetzt eben nicht von heute auf morgen die Welt verändern. Das ist auch hier bei diesem Buch, wenn ihr das gelesen habt danach, dann seid ihr auch nicht auf einen Schlag andere Menschen. Jeder, der euch sowas verspricht, dieser Film wird euer Leben verändern, dieses Buch wird euer Leben verändern, der verspricht euch zu viel. Das geht gar nicht. Wenn ich wirklich mein Denken verändern möchte, dann sind das viele, viele kleine Schritte. Und dieses Buch bringt uns einige Anstöße zu solchen kleinen Schritten. Für wen ist dieses Buch geeignet? Ich würde mal pauschal sagen, für jeden, der sich für so Mechanismen interessiert, wie manipuliert wird, für Rhetorik und für jeden, der vielleicht schon diese frustrierende Erfahrung gemacht hat, mit anderen Menschen zu reden, die einfach nicht mehr erreichbar sind. Und das ist auch für uns verletzend, wenn wir merken, ich komme da nicht mehr ran. Die andere Person, die hört mir gar nicht mehr zu, die winkt nur noch ab, die sagt, du verstehst ja nichts, du hast ja keine Ahnung. Und es geht auch darum, sich in diesen Diskussionen ein bisschen zu schützen und abzugrenzen. Das heißt, ob das Buch es jetzt wirklich schafft, dass wir mit einer anderen Person ins Gespräch kommen und die dann unter Anführungszeichen bekehren, das ist wahrscheinlich schwierig, aber dass man selber ein bisschen ruhiger und gelassener wird, das glaube ich, das ist ein Anspruch, den kann dieses Buch schon erheben. So, hätte man das alles auch kürzer machen können? Das Buch ist schon nicht besonders dick, wie ihr seht. Es hat ungefähr 150 Seiten und diese 150 Seiten sind gespickt mit Informationen, mit Beispielen, mit Verweisen auf weitere Seiten, wo ihr noch mehr lernen könnt. Ich glaube, wenn man das noch verdichtet hätte, das wäre dann fast schon zu viel geworden. Dann wäre es auch nicht mehr so angenehm zu lesen. So hat es noch eine ganz gute Balance zwischen ein bisschen Beispiel geben, ein bisschen was erzählen und eben diesen geballten Informationen. Sonst bleiben nur noch die Informationen übrig und das macht es dann erst recht schwierig. So denke ich, die Länge ist gut. Es gibt dann wahrscheinlich noch längere Bücher, die noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Brodnick selbst hat auch solche Bücher geschrieben. Ich glaube, das hier ist einfach mal so das kleine Handbuch, das uns mal so eine Einführung gibt in diese Thematik. Und dann, wenn man neugierig ist, kann man das immer noch vertiefen. Das ist hier wahrscheinlich die Idee dahinter. Einfach mal kurz und knapp. Und wer noch mehr wissen möchte, der kann dann die ausgiebigeren, die dickeren Schwarten sich zu Gemüte führen. Mein Fazit zu diesem Buch. Zunächst ein paar Dinge, die mir jetzt ein bisschen negativ aufgefallen sind. Das ist zum einen dieser Buchdeckel, den fand ich beim Lesen jetzt ein bisschen unangenehm. Das ist so ein Karton und ich fand ihn nicht so angenehm in der Hand zu halten. Das ist vielleicht eine Kleinigkeit, aber wenn man das Buch die ganze Zeit so hält, dann ist mir das einfach aufgefallen, dass ich das jetzt nicht so gerne halte. Auf der anderen Seite fand ich die Gestaltung drinnen mit den Illustrationen auch ein bisschen farbig und immer wieder mit diesen Übersichten und den kleinen Tipps. Ja, Tipp, setzen Sie sich realistische Ziele. Das fand ich eigentlich sehr gut gemacht. Was manchmal auch ein bisschen mühsam war, war die Sprache. Die Sprache schien mir teilweise ein bisschen mündlich oder die Satzstellung war nicht immer so glatt. Also manchmal bin ich über Formulierungen gestolpert. Könnte allerdings auch ein Trick sein hier, eine Absicht. Das habe ich auf Seite 54 nachgelesen. Da steht nämlich, wenn etwas schwer lesbar ist, so wie hier in dieser Illustration, dann muss man sich mehr anstrengen. Wenn man sich mehr anstrengt, dann lernt man es besser. Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht sind hier manche Sätze absichtlich ein bisschen komisch gebaut, damit ich mich mehr anstrengen muss, die zu lesen. Also ich möchte das mal so als Möglichkeit stehen lassen, dass es vielleicht so gemeint war. Die vielen englischen Fachbegriffe sind vielleicht für Leute, die jetzt mit denen nicht so vertraut sind, schwierig. Könnte also sein, dass die so ein bisschen die Lektüre erschweren. Aber dadurch, dass die ja immer wieder vorkommen, gewöhnt man sich auch dran. Also es geht. Insgesamt fand ich es ein gutes Buch, gerade als Einstieg, wenn man sich mehr mit dem Thema Verschwörungen, Fake News, Manipulationen auseinandersetzen möchte, dann gibt es hier einige Tipps, wo man sich weiter informieren kann. Da gibt es dann auch noch zahlreiche andere Publikationen und Bücher. Aber als Einstieg ist es gut. Und Wahrheit, das hat man am Ende von diesem Buch hoffentlich mitbekommen, ist etwas sehr, sehr Schwieriges. Das gemeinsame Reden über die Wahrheit ist etwas sehr Wichtiges. Wir müssen uns an die Fakten halten. Wir können uns nicht darauf zurückziehen, dass jeder seine eigene Wahrheit hat. Soll doch jeder für sich selbst entscheiden, jeder wie er mag. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Sondern es ist wichtig, dass wir eine gemeinsame Faktengrundlage haben. Dieses Buch schaut hinter Verschwörungserzählungen, hinter Manipulationen und Lügen. Es zeigt uns, wie wir mit anderen besser reden können. Wie wir vielleicht auch einen Kontakt nicht abbrechen lassen, der abzubrechen droht. Aber den Königsweg zur absoluten Wahrheit, den finden wir in diesem Buch nicht. Und ehrlich gesagt, das ist auch gut so. Das ist auch gut.